Oliver und Elena teilen die gemeinsame Leidenschaft für das Reisen und erkunden die Welt auf ihre ganz eigene Art. Doch das ist längst nicht alles, was sie miteinander verbindet. Ich bin Oliver Schmidt, 35 Jahre alt, komme aus Brachstedt. Ich habe Geografie studiert, bin jetzt aber Bergführer in Kamtschatka, Reisender und wahrscheinlich auch Lebenskünstler. Ich bin Elena Pardubne, 33 Jahre alt, komme aus Kamtschatka in Russland. Ich bin Deutschlehrerin, arbeite momentan aber als Reiseleiterin und Dolmetscherin mit Touristen in Kamtschatka. Ich habe in den letzten Jahren sehr viele Reisen unternommen, zu Fuß, mit Fahrrad. Und eine von diesen großen Reisen führte mich durch ganz Russland. Ich habe während dieser Reise sehr viele Unis besucht, vor allem die geografischen Fakultäten, weil es mit meinem Studium zusammenpasste. Und so auch in Kamtschatka.